Das hält sich. Ja und es ist so spügelig. Was ist denn dann hier? Ach da Okay Nee, das glaube ich nicht Muss man das noch machen? Der langer Hals Ich muss euch ganz ehrlich sagen, meine Tagesaufgabe habe ich erfüllt und dann noch Kiefer erledigt Ich bin gerade hier am überlegen, ob wir jetzt die drei Blumen noch holen Oder ob ich nach dem Blümchen hier erstmal ausmache Da muss man hin, als wir uns im Lagerfeuer gehen Natürlich ist jetzt hier spontan noch ein Sägezahn gespawnt Da ist Blümchen bewacht, ne? Und ein Sturmvogel Na gut, der ist ja Da fliegt hier hinten Hm? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, come on. Alter Das war so laut! Warum war das so laut? Ähm... Nichts? Alter, die warten doch schon da! Ich hab die gerade eben nicht geschafft! Dann werde ich die doch auch nicht schaffen! Guck mal, wie viel das sind! Vor allem die ist als auf dem Boden... ...auf dem Berg hier, ja? Wie soll ich denn da hochkommen? Da ist ein Viech! Ich hab gerade offiziell keinen Bock mehr! Ja! Mhm! 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 Ja! Ihr tauscht wohl einfach Plätze, oder was? Wieso? Ja, ich hab noch nicht! Wieso? Ja, ich hab noch nicht! Ich musste halt nur wissen, wo ist die fucking Luma. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Den will ich gerade überhaupt nicht erkunden. Oh, oh, oh. Wir haben hier noch ne Blube. Und hier, und hier. Und dann hier. Und hier. So. Wir reißen da jetzt noch. Okay. Okay. Ja, das ist manchmal ganz schlimm. Falls du mir noch zuguckst, geht da. Ich kenn das. Ja. Mit den verscheuerten Leuten. Ich werd jetzt aber auch gleich ausmachen. Ich werd jetzt noch zu dem Lagerfeuer machen. Ich weiß nämlich, wo wir sind. Und dann müssen wir nämlich hier hin. Und hier haben wir noch Schlappmäule in unserem Nest. Juhu. Deswegen. Das machen wir alles das nächste Mal. Das nächste Mal geht's nämlich weiter mit Blümchen sammeln. Und alles machen, bevor der mich hier checkt. Geh ich mal raus. Ja. 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 Ja.